Ah, meine Sonate in Cis-Moll. Ihnen auch als die Monscheinsonate bekannt. Entschuldigen Sie, dass ich hier so reinplatze, aber mir als Komponisten sollte es doch erlaubt sein, ein paar Sätze zu dieser Bearbeitung zu sagen. Meinen Sie nicht? Habe ich doch wahrhaft Besseres geschrieben. Aber ich muss anerkennen, dass den Menschen das Stück wohl außerordentlich gut gefällt. Ich kann mich an verschiedene Textierungen meiner Instrumentalwerke erinnern. Nach meinem Tod gab es gar eine wahre Flut an Bearbeitung meiner Stücke. Aus dieser Zeit stammt auch jene von Gottlob Benedikt Biray, die Sie gerade hören. Er hat meiner Monscheinsonate einen Chorsatz auf den Kyrie-Text hinzugefügt. Gelungen, wie mir scheint. Probieren Sie diese Chor-Version doch selbst einmal aus. Die Noten dazu finden Sie bei Karus. Viel Freude damit!